Hallo Leute, ich will euch heute mal ein Wacken zeigen. Und zwar hier ist es ja normal. Also ich habe jetzt hier regelmäßig Achtung, so unregelmäßig Achtung habe ich Minecraft so gesetzt. Hier ist der Wack nicht. Das hier ist eine kleinere Strecke. Aber wenn ich das hier mache, an meinem Beispiel und würde jetzt hier das Originalzeit zeigen, dann laufen wir einfach normal. Dann gehen wir mal in die Richtung. Da laufen wir einfach mal. Ich muss jetzt nur noch mal ein bisschen gehen. Dann kommen wir auch mal zurück. Da meine Schiemscheiter, die da choisine. Ich kann noch mal一直 glanden. Da sind wir ja auch mal nicht dringend. Aber das hier ist der Wacken, aber jetzt ist das Wacken. Das hier ist der Wacken, Ich kann jetzt das Wacken nehmen. Also das hier ist das Wacken. Das hier ist das Wacken. Jetzt geht das hier wieder so gut nach. Immer noch nicht vielleicht auf die Brücke. Dann geht es weiter. Jetzt können wir uns gleich weiter steigen. Und die Flaminghorn nehmen. Aber sie wird nicht vorne verpacken. Heute fängt das nicht schon wieder an. Das ist eine Verschätzung falsch, dann müssen wir unsere Einschätzung weiter fliegen hier. Voraus überseln hier, da hat sich noch nichts getan. Deswegen werde ich uns das Zeitraffer machen lassen. Dann wird das ein bisschen schneller. Dann steigen wir wieder an und weg. Dann wird das wieder passiert. Ich würde eigentlich gerne, dass man das wieder aussteigen kann. Einfach manchmal einmal drauf klopfen und dann sofort gehen. Deswegen werde ich agreeing das Beispiel drauf. Und wenn wir da eine irgendwelche Zeit zap $ $ $ $ w $ 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 v $ 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 . $ 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 Y. Das ist der Saks, die wir aufstehen. Wir werden auch auf der See. Wir werden reichnen. Wir werden es verwechselt. Wir werden es nicht mehr auf die Saugenseite. Wir werden es nicht mehr aufstehen. Wir werden die Autor wieder einmal aufstehen. Wir werden es nicht mehr aufstehen. Das geht aber nicht mehr richtig. Das liegt nicht mehr aufstehen. Ein Rückseite, das kommt der Hauptpunkt nur des Planes. Das wäre normalerweise nicht mehr auf der Fall. Das liegt nicht mehr auf der See. Jetzt Weil ich der Back der Störf nicht Störf nicht Störf nicht oder die Fliege und die Meistern Ich bin der falschen Pfade Was? Aufsteigen. Was? Aufsteigen. Dögen. Was? Jetzt hört sich ja aus. Guck mal, ob sich hier was geändert hat. Jetzt... Jetzt kommt mir auf einmal auf gar nichts mehr. Jetzt kommt auf einmal gar nichts mehr. Man sieht ja hier den Grandeur fahren plötzlich Minecraft falsch rum. Das ist der Bug. Die Minecraft fahren plötzlich falsch rum. Ich weiß, dass wir jetzt recht nur so gucken. Also wir beide sind falsch zu fahren. Ich finde den Elsch ist bisschen blöd. Wir sollen das auch mal wieder auf rechts klicken machen. Zumindest wenn man im Kreativmodus ist. Oder mit dem Single-Pair-Komad. Oder irgendwie was. Dass man das dann einstellen kann. Mit... Rechter Maustaste. Das heißt... ... ... ... ... ... das ist einfach nur ich bin weggefahren und weggefahren und direkt ist es dann kaputt gegangen und so sieht die welt aus dem video werde ich sie jetzt auch zum download freigeben diese schöne welt kommt ihr euch mal selber an dann freue ich mich auf die nächsten videos bis dann und ciao